also ich werde ganz wichtig in meiner Haare stellen mit dieser Brotchen hier aber ab und zu waschen, weil so können sie nicht aussehen erst in der Massehahn an ob dann die Massehahn an und dann die Haare rütteln und dann keine Massehahn an 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 das ist sauber das ist sehr heiß so so, erstmal abdrucken so so ja das ist meine das ist meine die hier, die wir zu zweit so jetzt wird er uns mal zeigen, wie er es macht soll ich erst mal zeigen, was man hier gespielt hat so das erste die war 08 Motorsturm, Pfeiffer und Oli das sieht man nicht, du musst das schon richtig zeigen so so aber jetzt so die Weltmeister eh er meister natürlich auch 2 er Lerner hier haben wir nicht zu behaupten mit dem aber das ist ein bisschen über der Welt und hier der Kulte der Worte macht aber nicht halt auch ab und umfällig und hier sei die Mordvogel drin weiter und das wird geworden das neue Teil der Welt eine Art Karmusik und in der Musik von der Gruppen die Welt alle alle haben die das kommt die Wichtigkeit und auch ganz laut das ist der Geier, Harbo nennen man den, Harbo, komm zu mir komm zu mir er ist sehr alkoholig, er trinkt sie mich jeden Tag schon schon weit ist er nicht viel für Verlöger des Tages der Spiegel damit aggere ich gerne mein Kumpel mit dir jetzt mit dem Tag dann war er weil er und er hat und wenn er aber das wird die noch aber die werden wir in den Weg er hat aber auch die das von einem Arbeiter der Weg die Klinik 1 ich bin nachdem ich bin ich bin nach ein paar Minuten ich habe versucht die Horten zu steilen aber auch 20 Minuten ich netz mal und ich bin ich bin ich bin aber vor Ort das Haus ist auch schon Prozent mit Kontinuit endlich an der Hälfte das ist mein Kumpel hier der Hälfte Prozent und da hat man auch immer denn ab dem Problem hier stehen nicht mehr als hier weiter und so ein aber auch nicht immer wieder der Fahrrad Prüfung und die Akko zu Bestandheit die CD ist die blödeste der Welt als egal wir haben wir machen jetzt weiter am Text wir tun jetzt äh ich bin für mal stoppen und zeigen ihn mal jemanden in der Tür und ihr macht sehr glücklich alle